Android-TV-Boxen sind kleine Geräte, die auf dem Android-Betriebssystem basieren und an einen Fernseher angeschlossen werden, um ihn in ein Smart-TV zu verwandeln. Diese Boxen bieten Zugriff auf eine Vielzahl von Unterhaltungsangeboten wie Streaming-Dienste, Spiele, Apps und Webbrowsing über das Internet. Sie ermöglichen es den Benutzern, Inhalte von verschiedenen Quellen wie Netflix, YouTube, Amazon Prime und mehr direkt auf ihren Fernsehbildschirm zu bringen. Die Vielseitigkeit und Flexibilität, die Android-TV-Boxen bieten, machen sie zu einer wichtigen Ergänzung für viele Nutzer, da sie eine kostengünstige Möglichkeit bieten, herkömmliche Fernseher in moderne, vernetzte Unterhaltungszentralen zu verwandeln. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Android-TV-Boxen. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Posit Android 1 0.0 TV-Box. Der Alwiner H313-Prozessor sorgt für hohe Geschwindigkeit und exzellente Bildverarbeitung in dieser professionellen Android-Box. Dadurch wird sichergestellt, dass die Box stabil und reibungslos läuft, ohne Pufferzeiten beim Laden von Filmen, Bildern und Spielen. Die integrierten 2, 4G und 100mRJ 45 Ethernet-Anschlüsse gewährleisten schnelles Herunterladen und Hochladen. Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss externer Geräte wie Maus, Tastatur und Lautsprecher. Mit 2 GB RAM und 16 GB ROM verstärkt der X98 Max die Leistung der Box. Das Surfen im Internet, Spielen und das Ansehen von Filmen funktionieren reibungslos. Zusätzlich kann der Speicher mit einer Micro-SD-Karte auf bis zu 64 GB erweitert werden. Diese TV-Box unterstützt die Dekodierung und Wiedergabe nahezu aller gängigen Audio- und Videoformate. Durch echtes 4K bei 2K können Lieblingsfilme in einer vierfach höheren Auflösung als HD 1080p genossen werden. Darüber hinaus bietet diese TV-Box 3D Unterstützung und bietet damit ein beeindruckendes Kino- und Spielerlebnis für die ganze Familie. Hier ist der Punkt Nummer 4, Magubic Android TV-Box. Die Android TV-Box ist mit dem neuesten Android 1.3-Betriebssystem ausgestattet und verfügt über einen RK3528 Prozessor sowie eine Mali 450 Grafikeinheit, die schnelle Verarbeitung und fortschrittliche Grafikleistung bieten. Sie integriert das Android TV-System, was eine verbesserte Kompatibilität bedeutet. Zusätzlich ist eine Sprachfernbedienung enthalten, mit der Sie die Navigation und Steuerung einfach per Sprachbefehl durchführen können. Die Android TV-Box unterstützt die 8K-Bildtechnologie, die erstaunliche Klarheit und detaillierte Bilder bietet. Darüber hinaus verfügt sie über 3D-Funktionen, die Sie in eine immersive Unterhaltungswelt eintauchen lassen. Mit HDR10-Unterstützung werden alle Details mit lebendigen Farben, tiefen Kontrasten und realistischen visuellen Effekten zum Leben erweckt. Es ist, als hätten Sie ein Kinoerlebnis in Ihrem Wohnzimmer. Die Android TV-Box von 2023 unterstützt Dual-Band-Wi-Fi nach den Standards IEEE 802.11a BGNHC, um eine stabile und schnelle Betrachtung zu gewährleisten. Außerdem bietet sie Ethernet-Verbindungen für eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Verbindung. Durch Bluetooth 5.0 können Sie kabbellose Kopfhörer, Lautsprecher oder Garmekontroller verbinden und ein wirklich immersives Klangerlebnis genießen. Der Punkt Nummer 3, Idealroyal Android 1 2.0 TV-Box Die Android TV-Box wird mit dem Betriebssystem Android 1 2.0 geliefert, das sicherstellt, dass die Box stabil und reibungslos läuft, um Filme, Bilder und Spiele ohne Pufferung zu laden. Android 1 2.0 setzt neue Maßstäbe in Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit einer geschmeidigen, verzögerungsfreien und stabileren Benutzeroberfläche. Die Android TV-Box ist mit 4 GB RAM und 64 GB ROM ausgestattet, was die Geschwindigkeit und Stabilität des Betriebssystems gewährleistet und eine viel höhere Laufgeschwindigkeit unterstützt, ohne zu puffern oder auszufallen. Es gibt ausreichend Speicherplatz, um Apps, Spiele und so weiter zu installieren, und der Speicher kann über den MicroSD-Karten-Slot erweitert werden. Sie brauchen sich keine Gedanken über Speicherplatzmangel zu machen. Die Smart TV-Box unterstützt 2, 4G, 5G, Wi-Fi 6, HDMI 2.0, 10, 100M Ethernet LAN und Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ermöglicht die Kommunikation mit bis zu 8 Geräten und einer maximalen Übertragungsrate von 9,6 Bit S. Sie müssen sich keine Sorgen um langsame Downloadgeschwindigkeiten machen und haben mehr Verbindungsoptionen beim Ansehen von Videos und Spielen. Die Android-Box ist mit dem neuesten Alwina H618 Quad-Core Cortex A53 CPU mit Mali G31 MP2 ausgestattet, die eine stärkere Bildverarbeitungsfunktion bietet. Sie können 6K-Ultimatives HD-Video genießen, das eine klarere Auflösung als 4K bietet. Auf einem großen 6K-Bildschirm können Sie tausende von Android-Spielen spielen und ein hochwertigeres Erlebnis mit weniger Pufferung genießen. Nummer 2 in unserer Liste Wiley Android TV-Box Mit dem neuesten Android 13.0 System bietet die TV-Box eine aktualisierte Benutzeroberfläche und neue Systemfunktionen sowie Kompatibilität mit einer größeren Anzahl von Anwendungen. Benutzer können problemlos die benötigten Apps herunterladen. Das 13.0 System gewährleistet eine bessere Stabilität der Android-Box und bietet den Benutzern eine verbesserte Erfahrung. Mit 4 GB RAM und 32 GB ROM bietet die Android TV-Box ein reibungsloses visuelles HD-Erlebnis mit deutlich weniger Verzögerungen und schnell ihrem Betrieb. Falls zusätzlicher Speicher benötigt wird, kann eine zusätzliche MicroSD-Karte in den Kartensteckplatz eingefügt werden, um den Speicherplatz zu erweitern, sodass keine Sorgen mehr über knappen Speicher bestehen. Die Android TV-Box ist mit dem RK 3528 Chipsatz mit Quad-Core 64, BitCortex, A53 CPU und Mali 450 MP2 GPU ausgestattet, was verbesserte Bildverarbeitungsfunktionen ermöglicht. Dank der ultraschnellen Laufgeschwindigkeit und professionellen Bildverarbeitung bietet sie den Nutzern ein herausragendes Erlebnis. Die Nummer 1 in unserer Liste Xiaomi TV-Box S2 ND-Gen Der Quad-Core-Prozessor bietet effiziente Leistung, während die leistungsstarke GPU dem Fernseher die Funktionen einer neuen Unterhaltungsplattform verleiht. Durch die Kombination von 2 GB RAM und 8 GB ROM-Stern wird das Fernseherlebnis noch flüssiger. 4K Ultra HD sorgt für ein detailärteres und fesseländeres Bild, das sie vollkommen in seinen Band zieht. Die verbesserte TV-Box-Technologie lässt Szenen und Charaktere mit lebendigem Kontrast, lebhaften Farben und gesteigerter Klarheit aufleben. Die Bilder bieten nun einen erweiterten Dynamikbereich und beeindruckende Helligkeit, Kontrast und Farbtiefe wie nie zuvor. HDR-Bilder präsentieren zudem noch detailreichere Schattierungen und Lichter. Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements. Sie können Google bitten, nach Filmen zu suchen, Apps zu streamen, Musik abzuspielen und Ihren Fernseher ganz einfach mit Ihrer Stimme zu steuern. Einfach OK Google sagen oder die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung drücken, um loszulegen. Mit der integrierten Air-Funktion können Sie auch die Leistung und Lautstärke Ihres Fernsehers oder Ihrer Soundbar steuern, alles mit einer einzigen Fernbedienung. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Android-TV-Boxen unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.